Tor geht es nicht. Lulu Lewe klagte während der 17. Let's Dance-Staffel immer wieder über Schmerzen. Jetzt kam raus. Sie brach sich eine Rippe. In der diesjährigen Let's Dance-Staffel mussten mehrere Promis verletzungsbedingt aufgeben. So entschlossen sich Toni Bauer und Mark Keller vor Ende der 17. Staffel zu einem freiwilligen Ausstieg, weil ihre Gesundheit ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Bert Goktor, Star Mark Keller verzichtete wegen seiner Achilles-Szene sogar auf sein Comeback im Finale. Auch »Höhle der Löwen«, Star Tilman Schulz und Fitness-Influencerin Sophia Thiel sagten ihre Teilnahme an der finalen Show schweren Herzens ab. Sie wegen einer Erkältung, er wegen einer Fußverletzung. Lulu Lewe offiziell härteste Let's Dance-Teilnehmerin der 17. Staffel. Eine zog es jedoch bis zum bitteren Ende durch. Sängerin Lulu Lewe Ich kann kaum atmen, habe ich mich mal wieder verletzt an der Rippe. Das habe ich ja eigentlich schon seit der Kennlernshow. Da hatte ich mich das erste Mal verletzt an der Rippe, bzw. es kann sein, dass es diese Muskulatur dazwischen ist, klagte Lulu Lewe kurz vorm Let's Dance-Finale in ihrer Insta-Story, trat dann aber trotzdem auf. Dass die 32-Jährige sehr taff ist, war damals schon klar, wie hart sie wirklich im Nehmen ist, zeigt sich erst jetzt. Denn rund zwei Wochen nach dem Let's Dance-Finale 2024 ist klar, die Blondine hatte sich tatsächlich die Rippe gebrochen. Und das vielleicht sogar schon ganz am Anfang der Staffel. Die Folge Du gehst jetzt deinen Rücken tapen. Ich möchte, nicht dass du hier bleibende Schäden davon trägst, berichtet Lewe auf TikTok. Sie habe sich zunächst gewehrt, da ihr Kleid rückenfrei war, sich dann aber doch überreden lassen, da die Schmerzen doch größer gewesen seien als die Eitelkeit. Man ist so voller Adrenalin, dass man das währenddessen gar nicht so richtig merkt, was da abgeht, sondern erst am nächsten Tag.